So, was haben wir denn mal an? Zerstörer ist immer gut, dass ich was als Schlagschiff. Ich bin mal gespannt, wann die das so dich rausbringen. Jep, wann der totale Reset kommt. Das können sie machen, solange die Bismarck dabei ist. Mach ich alles mit. Mal gucken, ob wir so einen Lucky Run erleben. Ich kann mich immer gar nicht entscheiden, ob ich die Panzerbrechne oder die Brandgeschosse nehmen soll. Aber ich glaube, ich habe mehr erledigt mit den Brandgeschossen. Okay. Das ist urig. Dachte mal sonst auch wegen diesen kritischen Treffern, dass du die mit einem Schuss versenkst. Aber irgendwie, wenn die brennen, dann können die halt nicht abhauen. So wie das letzte Mal, wo mir einer abgehauen ist mit vier Lebenspunkten. Vier. Das ist echt nicht deutsche Leistung, Mann. Wenn die nichts zum Löschen haben, dann sind sie schnell Futter für das Feuer. Dann machst du nichts. Ich führ jetzt einfach mal den ersten hinterher. Die stehen hier immer alle lange rum und gucken, wo fährt die Flotte hin. Aber wenn keiner losfällt, ist das immer ein Problem. Ich meine, ich kenne das ja, ich mache das ja nicht anders. Aber nu ist egal. Wir rollen. Ich habe gestern im Stream nochmal eingestellt, dass der halt meinem PC mehr Leistung abfordert. Und wenn, ja, diese bei schnellen Bewegungen, diese pixelige etwas rauszukriegen. Okay. Das hat auch geklappt. Also jetzt habe ich, da warnt auch dann das Programm vorne. Aber ich habe dann gesagt, scheiß drauf. Recht. Da hat Power genug. Das wagt mal ordentlich was ab. Aber das erste Mal, dass ich höre, dass der Lüfter ein bisschen hoch fährt. Vielleicht kann ich noch ein bisschen. Ich habe auch überlegt, ob ich dann noch auf 1000 gehe. Aber ich glaube, 700 und P, das reicht irgendwie. Ja, 27 ist HD. Das ist eigentlich in Ordnung. Kommt jetzt 1000 irgendwas. Das verbraucht auch sehr viel, ähm. Ja, wie heißt das? Ja, Upload. Ja, gut, das habe ich ja ohne Ende, ne? Das, so, ich, ich habe dreieinhalb eingestellt, aber ich könnte ja höher. Ich habe ja 10.000, ne? Ja. Und ich habe, ähm, also das, das höher geht nur mit Twitch. Ich verließe das schon auf mich. Ja, und, äh, ich habe auf 30 Frames runter gemacht mal. Das soll auch besser sein. Macht wahrscheinlich im B.U. gar nichts aus, ob 30 oder 60, ne? Hm, theoretisch nicht. Du merkst das ja, aber ich glaube, im B.U. ist das egal. Ja, aber es gibt Leute, die schreiben extra hier jetzt, äh, 60 in 60, äh, Frame. Ich gucke das, aber ich da keinen Unterschied sehe. Also für uns ist es ja wichtig, das meiste ist ja für uns halt, ne? Ach, gleich ein dicker Treffer. Ich sehe jetzt für mich zum Beispiel keinen Unterschied, ob ich das in 60 oder in 30 gucke nachher, ne? Dass wir es erreichen wollen, haben wir damit und fertig. Ei, wer guckt denn da um die Ecke? Scheiße, jetzt bin ich irgendwie alleine hier gleich. Gegen zwei ist jetzt nicht so cool. Abhauen und draufbleiben, abhauen und draufbleiben. Ich bleibe mal drauf, egal jetzt. Wollte ich lieber mit der anderen fahren. Ich bin jetzt nicht so cool. Äh, ja. Was kommt denn da? Uiuiui. Achso, alleine hier lang war das echt doof. Alleine geht gar nicht? Bitte? Alleine kann man nichts machen? Ja doch, aber wenn da zwei kommen und ich alleine bin und die Rest der Flotte sind, sag ich, ich war mal andersrum. Ah, das kenn ich schon wieder. Nein, das gewinnt ich. Ja, da fangen jetzt alle lang denn so. Hm, okay, wie seid ihr? Ja, hab nie aufgepasst. Aber egal. Gleich ist vorbei. Das schöne Schiff, Mensch. Ja. Boah. Wie war es? Ich wollte eh lieber mit den anderen fahren. Wie war das? Das wird geschnitten. Zum Hafen. Zum Motto können wir noch ein paar andere. Die ist eh agiler. Ja. Panzer Cola. Gehen wir mal lieber damit ins Gefecht. Der Spaß macht natürlich, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, ne? Und dann mit deinen drei Schiffen da rum tüdelst. Am besten noch einen Flugzeugträger. Ja. Ja. Das haben wir da abgeräumt schon. Aber ganz groß wird's für mich, wenn die Bismarck da ist. Ja, wenn dann alle drei Bismarck haben, alle stellen sich quer und dann wird gewartet, dass sie ankommen können. Ja. Zack. Hat dein Schiff gerade um sieben Meter versetzt? Ich glaub schon. Volle Kanonen und ab. So. Jetzt warte ich auch mal, wie sie fahren. Es ist nicht das Problem, dass die Kanonen sich so langsam drehen. Und ich hab ne größere Reichweite. ... ... ... ... ... ... Alle Backboard, dann fahren wir da mal mit. 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 Da habe ich auch so ein Talent für, dass ich die Erste bin, auf den sie schießen. Wird nur noch von Sepp getoppt. Oh ja. Der ist auch so ein Pauschalopfer. Das ist wirklich so, die Schlacht beginnt und die fangen schon an, auf ihn zu feuern. Die sehen ihn nicht mehr und ich schieße schon auf ihn. Bis du er schimpfen kannst, verschenken wir ihn über gleich. Dann ist Ruhe im Karton. Zieh mal einer schön und schick den Stepsel raus. Das hat schon wieder nach mir geschossen. Wie machen die ihm das? Wenn sie so friedlich sind. Siehst du? Die Taktik dieselbe. Man sieht nichts, man wird aber getroffen von irgendwas. Ja, echt? Ich sehe schon, wir kommen hier so eine kleine Lücke, wo wieder 300 Torpedos durchkommen. Also ich würde sagen, gut gedacht. Schön ins Bohr laufen mit der Flotte. Vielleicht ist das was für ein Abstauben. Und Hallo sagen nicht vergessen. Oui, auch noch getroffen. So ist richtig. Das nächste ist ja irgendwie ein Moby Dick. Der schießt da jetzt schon wieder zurück. Man merkt schon, dass ich so ein Nachzügler bin von der Flotte. Und wie weit sie daneben schießen. Yes. Diese kleinen Torpedoflets piepen. Oh, 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 und, und? Was macht der denn da? Schon Knoppers Zeit? Der steht da an der Insel und guckt. Jep. Er guckt, dass da keiner guckt. Das hat er geschafft. Oh, das mag ein gegnerischer Schiff hier aber auch. Den kann man ja mal eben einen einschenken dafür, ne? Oui! Ich bin so nett zu ihnen. Ich habe ihn versenkt. So, Freundchen. Nächstes Mal über die Seas, bevor wir auf mich schießen. Problem solved, Sir. Scout, returning the ship. Ich bin so nett. Der gibt es doch gar nicht. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt habe ich Probleme mit dem Grenzposten. Was ist hier oben? Oh, 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 oh. Der kommt hart. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ja berg muss auch umgebaut werden die 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 10 Sekunden Reparatur. Das können wir noch schaffen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.